Obwohl sie sich schnell ein neues Business als Eventmanagerin aufgebaut hat, sitzt der Stachel durch den Verlust von WL noch immer tief bei der taffern Geschäftsfrau. Dabei geht es ihr gar nicht so sehr um die Firma selbst, sondern um die Art und Weise, wie sie von ihrem einstigen Mitarbeiter gelingt wurde, und dafür soll Carlos bluten. Als sein Helfershelfer Agim Sula Tod im Kollekiz aufgefunden wird, will die Fleming das zu ihren Gunsten nutzen und ihrem Rivalen den Tod seines ehemaligen Komplizen anhängen, obwohl sie eigentlich weiß, dass Carlos unschuldig ist. Die Beweise dafür lässt sie aber kurzerhand verschwinden. Dass Katrin so skrupellos sein kann, ist hinlänglich bekannt, aber Tobias hat bei dem perfiden Plan so seine Zweifel, wie der exklusive vierte Teil der GZSZ-Wochenvorschau zeigt. Er hat uns erpresst, er hat riskiert, dass du ins Gefängnis kommst. Du willst, dass dieser Clown verschwindet. Oder etwa nicht? Versucht sie ihren Mann von ihrem Vorhaben zu überzeugen. Ja, aber nicht so. Carlos ist unschuldig. Gibt der Bauleiter zu bedenken. Das sei er auch gewesen, erinnert Katrin ihn daran, dass das Carlos bei seinen hinterhältigen Intrigen gegen Tobias auch nicht interessiert habe. Diese Tatsache bringt Katrins Mann kurzzeitig ins Grübeln. Ich bin hier, du hast ein neues Business. Lass es gut sein, entscheidet er sich jedoch schließlich gegen eine Racheaktion. Doch seine Frau lässt einfach nicht locker. Tobias, ich mache das für uns beide, stellt sie klar.